Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut in Astro Fotocast. Heute geht es ums Thema Strom, denn alle eure Astro Geräte, zum Beispiel Kameras, Montierungen und so weiter, die benötigen Strom und die könnt ihr auf verschiedene Arten und Weisen mit Strom versorgen. Und ich möchte euch mal aufzeigen, was es so für Möglichkeiten gibt und welche Erfahrungen ich bisher gemacht habe. Also, viel Spaß mit dem Video. Wie in der Einleitung gesagt, geht es um das Thema Stromversorgung heute in dem Video. Und bevor es losgeht, ein paar Disclaimer. Strom, das ist oder kann eine gefährliche Nummer werden. Wir haben zwar im Astro-Bereich meistens nur mit 12 Volt zu tun, aber die Stromspannung ist gar nicht das Problem. Die Stromstärken, also Ampere, die können gefährlich werden, auch normalerweise bei normalen Astro-Geräten nicht. Aber spätestens dann, wenn ihr draußen in der nassen Wiese rumhantiert und womöglich mit einem dicken Akku oder sogar mit einer Autobatterie oder ähnlichem rumfuhrwerkt, dann kann es schnell gefährlich werden. Das sage ich nur mal als Disclaimer vorneweg. Zweiter Disclaimer. Ich bin kein Experte, was Strom angeht, kein Elektriker, kein Elektroniker oder was auch immer man da sein muss. Ja, ich bin technisch interessiert und wie jeder andere Mensch auch, hantiere ich zu Hause mit Strom. Ich habe Steckdosen, ich habe diverse Geräte zu Hause, die ich mit Strom versorge. Und ich kann euch lediglich meine Erfahrungen zu dem Thema mitteilen, mehr aber auch nicht. Dritter Disclaimer. Ja, ich habe bestimmt irgendwelche Möglichkeiten am Ende in dem Video vergessen. Also auch hier, ob das Video nachher vollständig ist und einen vollständigen Überblick gibt, kann ich nicht sagen. Ich werde in dem Video auf gar keinen Fall auf irgendwelche Basteleien eingehen. Das hat mit den ersten beiden Punkten zu tun. Und auch damit, dass ich mehr oder weniger unbegabt bin, was Basteleien angeht. Und damit kommen wir zum vierten Disclaimer. Danach sind wir auch durch. Ich werde euch in dem Video ein paar Gadgets zeigen zur Stromversorgung oder Stromverteilung. Und unter dem Video findet ihr Links zu diversen Shops, hauptsächlich zum Astro Shops, wo ihr diese Dinger kaufen könnt. Und da könnt ihr sehr gerne draufklicken. Und wenn ihr das kaufen möchtet, dann kauft das bitte über die Links. Ja, klickt da drauf und dann geht auf Bestellen. Dann bekomme ich ein bisschen Geld dafür. Und das finanziert mein Kanal hier. Jede Woche mache ich für euch Gratis-Videos. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ist das eine sehr gute Möglichkeit, mich zu unterstützen. Jetzt geht es aber endlich los. Die einfachste Möglichkeit, eure Geräte wie Kameras und Montierung und was nicht alles mit Strom zu versorgen, ist über ein kleines Netzgerät oder Netzteil. Und das bekommt ihr in ziemlich vielen Fällen auch mit dem Gerät dann dazu geliefert. Das sind diese kleinen schwarzen Kästchen. Und dort ist ein sogenannter Schutzkontaktstecker dran. Nach europäischer DIN-Norm nehme ich an. Und das sind diese dicken Dinger, diese dicken 220-Volt-Steckdosenteile. Und am anderen Ende ist dann meistens ein Stecker dran, der in euer Gerät reingeht. Und das ist in sehr oder in den allermeisten Fällen bei Astro-Geräten ein sogenannter Hohlstecker. Der hat 5,5 Millimeter Außenmaß und 2,1 Millimeter Innenmaß. So, in 80% der Fälle. Dann gibt es aber immer wieder Fälle, wo das ein bisschen abweicht, weil der eine Hersteller macht es so, der andere Hersteller macht es so. Zum Beispiel bei den Skywatcher-Montierungen oder zumindest bei der EQ6 ist es so, dort gibt es einen anderen Stecker. Da gibt es irgendwie mit so einer Überwurfmutter so einen Stecker, damit das irgendwie schön gesichert ist. Und dann gibt es bestimmt irgendwelche Hersteller, die noch andere Systeme haben. Aber in 80% der Fälle läuft das genauso ab. Wichtig ist dabei, auf die richtige Polung zu achten. Hier würde ich sagen, ist es in 98% der Fälle so, dass innen drin, also in dem Hohlstecker, in der Mitte, dort der Pluspol ist und außen der Kontakt, dass das der Minuspol ist. Und man hat schon Pferde vor der Apotheke und so weiter. Dann gibt es Hersteller, die machen es genau andersrum. Und das habe ich zwar mit Astro-Zeug noch nicht erlebt, aber im Modellbau schon erlebt. Und so habe ich schon mal eine Fernsteuerung gehimmelt. Indem ich irgendeinem von meinen Astro-Steckern da irgendwie mit so einem Hohlstecker in meine Fernsteuerung reingetan habe. Dann gibt es ein ganz typisches Geräusch. Das macht kurz Pitsch, gefolgt von einem kurzen Britzeln. Dann kommt ein kleines blaues Wölkchen raus und es riecht nach Strom. Und das ist der Fall, wenn ihr die Verpolung oder die Polung vertauscht habt. Und erstaunlicherweise gibt es sehr, sehr, sehr viele Geräte und Hersteller, die in ihre Geräte keinen Verpolungsschutz oder Überspannungsschutz oder wie auch immer einbauen. Also achtet bitte darauf zu erkennen, ist das an diesem merkwürdigen Symbol, zeige ich euch hier, blende ich euch mal ein. Checkt das einmal vorher, ob die Polung bei euch stimmt. Ja, dann achtet auf die Stromstärke. Viele dieser handelsüblichen Netzteile, die haben so 1,5 Ampere. Es gibt auch welche mit einem Ampere. Und ihr solltet schon für eure Astro-Geräte 2 Ampere mindestens haben. Ja, da gibt es aber auch immer von den Herstellern Vorgaben, wie viel Stromstärke da durch so ein Netzgerät durchgehen sollte. Es fällt dann zum Beispiel auf, wenn ein Gerät einfach nicht angeht oder den Dienst versagt. Zum Beispiel bei Montierung hat es schon, das ist ganz typisch, wenn die Montierung so anfährt beim Go-To, dann gibt es ja so ein typisches Geräusch. Das wird immer höher, so und dann hört die auf einmal auf. Und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass am Höhepunkt des Stromverbrauchs irgendwie die Stromstärke nicht mehr ausreicht. Dann bleibt die Montierung einfach stehen. Die geht nicht unbedingt aus, aber bleibt einfach stehen. Dann wisst ihr irgendwie, ja, ihr braucht mehr Saft, mehr Strom, mehr Ampere. Ja, meine Erfahrungen damit, ich habe jahrelang nichts anderes gemacht. Und also richtig, richtig lange Zeit habe ich meine ganzen Gadgets, meine ganzen Geräte nur mit solchen Netzgeräten betrieben. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Ja, ich hatte dann irgendwie natürlich viele von diesen Netzgeräten. Ja, das kann dann schon mal sein, dass man irgendwie an so einem Teleskop plötzlich vier solcher Klopper dran hat. Ja, und das wie gesagt funktioniert. Aber auf dem Balkon würde ich sagen, geht es noch, wenn man dann irgendwie zum Beispiel ein Verlängerungskabel nach draußen legt oder auf einer Terrasse oder so. Aber es wird dann doch so ein bisschen heikel, wenn man jetzt draußen in die Wiese geht zum Beispiel und da ist ein bisschen Tau und man fängt da an mit irgendwelchen Verlängerungskabeln zu hantieren. Dann bitte kauft euch eine vernünftige Kabeltrommel, die für den Außeneinsatz geeignet ist. Achtet drauf, weil Feuchtigkeit und Strom, das sind Dinge, die vertragen sich nicht gut. Tut euch da selbst und euren Geräten vor allen Dingen eingefallen. Ja, Nachteil ist, diese Dinger sind meistens recht klobig und auch recht schwer. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal Astroreisen macht und das mache ich ja auch viel, fahre aber meistens auf irgendwelche Farmen, Astrofarmen. Und dann muss man diese ganzen Netzgeräte mit in das Gepäck tun. Und dann stellt man fest, die sind doch schwer. Da ist Metall drin. Ja, wen wundert's? Und dann wundert man sich nachher, man denkt irgendwie, okay, ich muss das und das und das mitnehmen, das wiegt das und das. Und dann legt man alle Kabel und Netzgeräte noch in den Koffer und plötzlich hat man viele Kilos Übergewicht und dann wird's doch teuer. Also das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Dann ist es so, dass diese Kabel erstaunlicherweise meistens irgendwie zu kurz sind. Weil das nicht vom Hersteller hergestellte Netzgeräte sind, sondern irgendwelche Sachen, die die dazukaufen. Und dann ist das Kabel zu eurer Kamera oder so schon mal zu kurz. Ja, und dann muss man irgendwie gucken, wie man das hinkriegt. Entweder verlängern mit irgendwelchen Adapterkabeln oder was ich dann häufig gemacht habe, ist irgendwie dieses klobige Netzteil irgendwie so an Stativbeinen ran getüdelt und so. Dass das alles immer funktioniert hat, grenzt an ein Wunder. Optimal ist das natürlich nicht. So, und der größte Nachteil bei dem ganzen Ding ist, man hat pro Gerät ein Stromkabel und ein Datenkabel USB. Das heißt, bei mir waren das meistens dann so ungefähr acht Kabel, die vom Teleskop runter hingen. Und unterschätzt das nicht. So ein Kabel, was irgendwo reibt, an einem Stativbein oder so, das kann tatsächlich zu großen Nachführfehlern führen. Und dann macht euch immer klar, dass Nachführung oder Autoguiding, besser gesagt, dass das im Bereich von Bogensekunden passiert. Und ja, auch wenn man denkt, ach so ein Kabel, was da irgendwie rumscheuert, das macht auch nichts. Doch, das kann einiges ausmachen. Und das ist dann alles auch nicht zu geentlastet. Das zieht dann auch schon mal oben an der Nachführkamera oder so. Und das kann tatsächlich große Auswirkungen auf die Qualität eurer Bilder haben. Also das ist nicht optimal. Wie gesagt, ich habe das jahrelang so gemacht. Habe dann irgendwie immer versucht, Kabel irgendwo rumzuwickeln, damit sie zugeentlastet sind. Aber optimal ist das alles nicht. Ja, kleiner Einschub. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause eine Sternwarte habt, Gartensternwarte oder irgendwie sowas, dann könnt ihr auch mit einem sogenannten 12-Volt-Labornetzteil arbeiten. Das sieht man auch manchmal. Habe ich auch eins zu Hause, ja, einige Steuerungen haben es gerne, wenn man da so ein 12-Volt-Netzteil dran hat, hat den Vorteil, man bekommt da schöne, saubere 12-Volt-Gleichstrom raus. Kann das auch noch variieren, wenn man mal zum Beispiel so eine Koch FS2 hat, die auch mal 24-Volt oder 30-Volt gerne hat, kann man das da auch einstellen. Und meistens haben die auch noch so einen Zigarettenanzünder gelönt, wo man was reinstecken kann. Oder sogar die moderneren haben USB-Stecker. Also das ist auch eine feine Sache, vor allen Dingen für festmontierte Geräte, Sternwarten und so weiter. Die eleganteste Lösung, was das Thema angeht, das ist ein sogenannter Hub, englisch für Verteiler. Und da kann man sowohl Strom verteilen, als auch Datenleitungen verteilen, also USB-Kabel. Und das bekannteste Ding, was es da gibt, das ist wahrscheinlich die Pegasus Powerbox. Die gibt es in verschiedenen Größen und Varianten. Ich habe die Pegasus Powerbox Advanced oder Advanced, weiß ich gerade nicht. Habe ich schon mal ein Video darüber gemacht in irgendeiner der Ecken. Poppt das jetzt auf hier. Und das könnt ihr euch dann bei Interesse schon mal oder noch mal anschauen. Ja, und das ist ein kleines Gerät, ein kleines Kästchen. Und da gibt es dann eine Stromzufuhrleitung, auch über so einen Hohlstecker und vier Ausgangsleitungen. Und da kann man dann Kamera, Fokussierer, Montierung, noch irgendwas dran anschließen. Und das Ganze sitzt dann idealerweise hinten auf eurem Teleskop drauf. Und dann kann man auch noch die USB-Kabel da gleich reinstecken. Und der Vorteil ist, man hat jetzt nur noch eine USB-Leitung zu eurem Computer. Und idealerweise sitzt euer Computer gleich mit oben drauf. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ja, wenn es darum geht, irgendwie Mini-PCs oder sowas. Aber ihr habt eine Datenleitung und eine Stromleitung zu, was weiß ich, eurer Steckdose oder einer Batterie oder was auch immer. Was kann man noch damit machen? Man kann automatisch eine Taupunktbestimmung machen. Es gibt also einen Umweltsensor, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Mister. Man kann einige Ausgänge auch in der Stromstärke steuern. Dann kann man zum Beispiel noch, was weiß ich, eine DSLR auch dranhängen mit Stromversorgung. Oder was gibt es noch? Es gibt zwei Cinch-Ausgänge für so eine Taukappen-Eizung. Kann man auch damit regeln. Also, finde ich eine wunderbare Sache. Gut gelungenes Produkt. Alternativen dazu. Es gibt eine Firma, die heißt, glaube ich, Deep Sky Dead. In Slowenien, die machen das mit einem 3D-Druck-Gehäuse und deutlich günstiger als Pegasus. Habe ich aber keine Erfahrung mit. Kann ich euch wenig zu sagen. Und dann habe ich im Astro-Shop noch ein Ding gefunden. Da kann man aber nur den Strom, glaube ich, verteilen. Das sieht sehr solide aus. Habe ich aber noch nie von gehört. Kann ich euch wenig zu sagen. Ja, für Sternwarten, aber auch für den mobilen Einsatz, finde ich das eigentlich beinahe ein Muss. Also, ich weiß gar nicht, wie ich damit jahrelang ohne arbeiten konnte. Ja, ist eine wunderbare Sache. Und wenn ihr jetzt nicht das von Pegasus kaufen wollt, dann kauft halt das vom Deep Sky Dead. Bei Pegasus wäre noch der Vorteil, dass man das auch einbinden kann. Zum Beispiel in Nina kann man das per Ascom dann auch steuern. Es gibt auch eine kleine Software noch dazu. Man kann das also auch aus einem eigenen Programm steuern. Aber ja, ich will euch nicht überreden, aber ihr habt das Ding auch. Ich sagte es ja schon, ideal ist, wenn der Astro-Computer gleich noch mit auf dem Teleskop hinten drauf sitzt. Das ist gar nicht mehr so unüblich heute, dass man also nicht mehr ein Laptop vor sich stehen hat und da die ganzen Leitungen hingehen, sondern dass man sofort einen kleinen Computer oben aufs Teleskop drauf schnallt. Das nennt man ein Mini-PC und das kann zum Beispiel, sehr weit verbreitet sind die Mele Quieter Computer, das sind so kleine Schokoladentafeln, große Computer. Dann gibt es, glaube ich, die heißen NUCs N-O-C und die sind von Intel natürlich. Habe ich auch einen. Die sind sehr gut, sehr solide, vielleicht nicht mehr ganz up-to-date. Kriegt man aber dafür dann jetzt mittlerweile relativ günstig, ja, auch in irgendwelchen Online-Versand-Handelsseiten. Dann muss ich kurz gucken. Sehr gute Erfahrungen habe ich oder haben wir mit Computern gemacht von der Firma GECOM. Die bauen auch Mini-PCs und damit steuern wir zum Beispiel unsere beiden Remote-Sternwarten und die eine, da steht ein Riesenteleskop, eine 5 Meter Kuppel und so. Und das wird alles mit so einem kleinen Computer gesteuert und da kann man sogar stacken drauf. Da läuft PixInsight drauf und das ist eine wunderbare Sache. Ja, eigentlich müsste ich darüber ein eigenes Video machen. Das hat mit Stromversorgung ja primär eigentlich nichts zu tun. Warum rede ich dann darüber? Ganz einfach, weil wir jetzt zu einem Gerät kommen und das ist sozusagen das heilige Ding irgendwie, wo alle sagen, ja, das ist das Genialste, was es überhaupt gibt. Das ist nämlich das DerdiDAS 2 ACR. Ja, 2 ACR, das ist ein kleiner Computer, ein kleiner Mini-Computer, gleichzeitig aber ein USB-Hub und gleichzeitig ein Strom-Hub und das Ganze ist nicht größer wie die Pegasus Powerbox und vereint alle diese Geräte zusammen. Und kein Wunder, das kommt noch hinzu, dass das Ding eine eigene App hat und man damit alles steuern kann und das funktioniert auch noch ganz angenehm, macht Spaß damit zu arbeiten. Kein Wunder, dass das Teil sehr verbreitet ist und ich habe auch so ein Ding für meine mobile Ausrüstung und finde das auch ganz toll. Ich werde darüber nochmal vielleicht ein oder auch zwei Videos machen müssen, denn das hat natürlich auch Nachteile. Ja, also das klingt alles ganz toll, aber das kann natürlich nicht alles. Und mit einem Mini-PC ist man zum Beispiel flexibler, wenn man da Nina drauf hat und so weiter und so fort. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich will es nicht unerwähnt lassen. Und ja, für viele Leute ist das das Nonplusultra und das hat einen riesen Nachteil. Man kann nämlich nur Geräte von 2 ASI damit verwenden. Also ihr könnt nur Kameras ausschließlich von 2 ASI verwenden, sowohl was die Hauptkameras als auch die Nachführkameras angeht. Ihr könnt Montierungen zum größten Teil alle verwenden, bis auf die Harmonic Drive-Montierungen. Da sind auch diverse ausgeschlossen. Da geht auch nur die 2 AM5 oder 2 AM3. Und was habe ich vergessen? Ja, also man muss irgendwie im Fokussiermotoren funktionieren, auch nur von 2 ASI. Und das finde ich alles ehrlich gesagt nicht so optimal und überhaupt nicht schön. Aber ja, viele lassen sich davon auch nicht abschrecken und finden das ganz wunderbar. Auch hier muss ich kurz dann der Fairness halber erwähnen. Gibt es Konkurrenzprodukte oder gibt es noch nicht, aber wird daran gearbeitet. QAY hat es grandios versemmelt, hat es angekündigt, so ein Ding zu bauen. Ist bis heute nicht rausgekommen, wird wahrscheinlich auch nie erscheinen. TubeTec baut gerade oder veröffentlicht gerade so ein ähnliches Gadget. Sieht aus wie ein Klon von 2 ACR. Da können wir mal gespannt sein, was dabei rauskommt. Dann gibt es den StellarMade Pro. Der ist gerade auf dem Weg zu mir. Den bekomme ich vom Hersteller direkt geliefert zum Testen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren. Denn da werde ich natürlich auch Videos drüber machen. Und die könnt ihr euch dann anschauen. Also StellarMade oder StellarMade Pro sind noch Alternativen. Jetzt gucke ich mal gerade, habe ich was vergessen. Ah ja, und dann natürlich sozusagen der Rolls Royce unter diesen ganzen Geräten. Das ist von Prima Luce der Igel da. Das ist ein vollständiger Computer. Da läuft Windows 11 drauf. Und ich glaube, damit kann man auch zum Mond fliegen. Ist aber auch dementsprechend teuer. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlich richtig spannenden Thema dieses Videos. Nämlich, nicht jeder hat eine Gartensternwarte. Nicht jeder geht auf seinem Balkon. Nicht jeder hat einen Bortel 3. Himmel gleich vor der Haustür. Und das heißt, einige oder nicht wenige von euch und hoffentlich viele von euch nehmen einen Weg auf sich und fahren irgendwo in die Wallachai, in die Pampa, um mobil Astrofotografie zu betreiben. Und das mache ich auch ab und zu. Und habe es in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht. Und da gibt es natürlich ganz spezielle Anforderungen, was die Stromversorgung angeht. Und über die möchte ich auch jetzt sprechen. Wenn ihr irgendein Astrogerät kauft, Kameramontierung oder was auch immer, ist da in 90% der Fälle so ein Zigarettenanschlussstecker, Gelöt, Kabel dabei. Und am anderen Ende ist der typische Hohlstecker. Und damit soll das Ganze dann mit Strom versorgt werden. Und ja, Zigarettenanschlussstecker, wo findet man die? Im Auto selbstverständlich. Das heißt, die Astroleute oder Astrohändler oder Hersteller gehen davon aus, dass ihr das alles irgendwie, dass ihr die Scheibe im Auto aufmacht und das Ganze dann in den Zigarettenanschlussstecker hineinsteckt. Das ist irgendwie alles andere als optimal. Dieser Stecker ist nicht schön. Ja, man muss da irgendwie die Scheibe aufdrehen oder den Kofferraum aufmachen oder wie auch immer. Also keine Ahnung, warum die Hersteller das machen. Grundsätzlich ist es aber natürlich nachvollziehbar, weil man fährt mit dem Auto irgendwo hin und da ist eine fette Autobatterie mit 12 Volt drin, die auch einige Stunden hält. Ja, wenn man da vorsichtig mit umgeht. Und ja, warum soll man da nicht seine Geräte mit Strom mit versorgen? Ja, es ist einfach nur irgendwie umständlich. Das ist das Problem. Man kann jetzt auch hingehen, Motorhaube aufmachen und direkt an diese beiden Klemmen da vorne dran gehen. Auch dafür gibt es diverse Kabel und Dinger und auch das habe ich schon gemacht. Und man kann sich selbstverständlich auch eine Autobatterie kaufen und die in den Kofferraum stellen und damit das Ganze betreiben. Aber das ist alles nicht mehr so richtig 2024 Style. Dennoch möchte ich es nicht unerwähnt lassen. So, Nachteile von der ganzen Geschichte liegen auch auf der Hand. So eine Batterie geht leer irgendwann und mir ist es schon passiert, dass ich also meine Geräte übers Auto angeschlossen habe und da war am Ende der Beobachtungsnacht die Batterie leer. Deswegen parke ich immer am Berg, damit man irgendwie anfahren kann und da muss man ein bisschen Gefühl haben, dass man dann die Karre ankriegt. Und da hat man meistens nur eine Chance. Und wenn man ganz alleine ist, dann steht man ganz schön doof da. Und wenn man jetzt wirklich, was weiß ich, bei mir war das auf Teneriffa, oben auf dem Berg, da kann man nicht mal eben den ADAC anrufen und sagen, irgendwie bitte kommt mal vorbei und leistet mir Überbrückungshilfe. Heißt das Überbrückungshilfe? Ja, nee, so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Ja, da habe ich schon die tollsten Geschichten selber erlebt und die tollsten Geschichten auch gehört und das finde ich alles nicht so richtig prickelnd. Ja, und so eine Autobatterie separat, die ist schwer, die ist umständlich zu laden. Da braucht man ein eigenes Ladegerät für, die lädt auch ziemlich langsam, ehrlich gesagt. Und ja, auch das habe ich eine Zeit lang auch, sogar über mehrere Jahre so gemacht im mobilen Einsatz. Ist aber alles andere als optimal, finde ich. Es gibt heute bessere Möglichkeiten, komme ich aber gleich darauf zu sprechen. Ja, Vorteile liegen aber auch auf der Hand. So eine 60 Amperestunden Autobatterie, die kostet meistens auch nicht mehr als 60 Euro. So ein Ladegerät, was weiß ich, was das kostet, wird man im Baumarkt wahrscheinlich auch schon für 20, maximal 30 Euro kriegen. Dann ist man relativ günstig mit der Stromversorgung dabei. Dann, wie ich gerade schon gesagt habe, die meisten Astrogerätehersteller liefern euch eh ein entsprechendes Kabel. Es gibt dann auch noch so Verteilerbuchsen für so Zigarettenanzünderkabel, die, aber das ist alles billiges Zeugs und so richtig cool, finde ich es nicht. Also ihr merkt schon, ich rede mich im Kopf und Kragen und will auf was ganz anderes hinaus. Elektroautos, genau, darauf will ich hinaus. Ne, erwähne ich auch nur der Vollständigkeit halber. Hat mir neulich mal jemand geschrieben, wenn man dann so ein Elektroauto hat, dann hat man eine ziemlich gute Stromversorgung dabei, denn damit fährt die Karre. Und da kann man bestimmt auch Astrogeräte dran anschließen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Zukunft. Wissen wir nicht genau, habe ich keine Ahnung. Ich habe noch kein Elektroauto, bestimmt irgendwann werde ich mal eins haben. Und dann mache ich nochmal einen zweiten Teil von diesem Video. So, es gibt jetzt Akkulösungen. Früher hat man Bleigel-Akkus benutzt, ist nicht mehr ganz up-to-date. Was man heute benutzt, das sind sogenannte Lifepos, Lithium-Eisenphosphat, wie heißen die Dinger? Lithium-Eisenphosphat, ja, Akkumulatoren heißen die Dinger. Meistens steht da noch eine 4, glaube ich, dahinter, Lifepo 4. Das ist die Akkutechnologie, Stand heute, die sehr häufig verwendet wird für Modellsport, für Vans, für alles, was mit Outdoor zu tun hat. Wohnwagen hast du nicht gesehen. So, da gibt es auch im Astro-Bereich mittlerweile einen riesengroßen Markt von Geräten, die man damit, oder Geräte, die man sich kaufen kann, wo man dann seine Geräte wiederum mit Strom versorgen kann. Ja, von der Akkubank hier, so die kleinen Dinger, womit man sein Handy aufladen kann, da sind diese Akkus drin. Und dann gibt es natürlich auch größere Modelle, das sind diese sogenannten Powerstations. Ja, eine Powerbank wird für ein großes Setup nicht reichen. Ich habe eine Powerbank, die hat auch so Solarzellen, kann man dann am Tag auf der Fensterbank aufladen. Das reicht mal für, was weiß ich, ein Engine oder so einen kleinen Guider oder für die Taukappe von Teleobjektiv für eine Nacht. Das geht schon, aber für eine große Montierung, Kamera und Deep-Sky-Ausrüstung reicht das nicht. Meine Lösung heißt da eine Powerbank. Und da gibt es unzählige Hersteller mittlerweile von solchen Powerbanks. Und da ist die Übersicht wirklich, oder ist total unübersichtlich, was man da jetzt kaufen soll. Es gibt zwei große Hersteller, von denen ich immer wieder höre. Das ist zum einen Jackery und das ist zum anderen Bluetti. Über die Jackery-Dinger haben auch die meisten amerikanischen Astro-YouTuber schon Videos gemacht. Bluetti ist, glaube ich, hier in Europa mehr verbreitet. Kriegt man aber zum Beispiel bei Amazon auch hier in Europa. Alles in verschiedenen Größen. Auch Links in der Videobeschreibung natürlich. So, die gibt es mit 250 Wattstunden. Da geht es üblicherweise los. Dann so plus, minus 500 bis 600 Wattstunden. Dann plus, minus 1000 Wattstunden. Und die Preise skalieren ziemlich genau auch mit den Wattstunden. Also für so eine 250 Wattstunden Powerbank könnt ihr ungefähr auch 250 Euro rechnen. 500 bis 600 Wattstunden, 500 bis 600 Euro. Und 1200 Wattstunden kosten dann auch gerne mal 1200 Euro für ein so ein Ding. Dann gibt es noch als Zubehör meistens, kann man sich noch dazu kaufen, ein Solarpanel. Wenn man jetzt mal länger unterwegs ist, ist das mit Sicherheit auch eine feine Sache. Weiß ich aber nicht, wie schnell man dann da irgendwie so ein Ding wieder aufladen kann. Man kann das selbstverständlich auch zu Hause an der Steckdose aufladen. Und das geht erfahrungsgemäß auch ziemlich flott, kann ich euch sagen. Ja, was soll man da jetzt kaufen? 250 Wattstunden, ja, wahrscheinlich wird das irgendwie auch einige Stunden reichen, wenn ihr jetzt nicht einen großen Stromverbraucher habt. Vielleicht reicht das auch eine Nacht mit zwei, drei Go-Tos, mit einem Meridian-Flip und einer Kamera, die jetzt nicht voll-powered durchkühlen muss die ganze Nacht. Wie gesagt, wenn euer Stromverbrauch relativ normal ist, wird das wahrscheinlich für eine Nacht reichen. Ich habe eine mit plus, minus 500 Wattstunden. Die kostet dann eben ein bisschen mehr und die hält aber auch locker eine Nacht, vielleicht auch zwei Nächte. Und wenn es jetzt mal richtig irgendwie ein paar Tage klar ist, dann muss man die nicht jeden Tag aufladen, sondern kann damit auch mal zwei Nächte fotografieren. Tausend halte ich für ein bisschen übertrieben und ist auch viel Geld. So viele klare Nächte haben wir ja gar nicht. So, ich habe dann irgendwann bei Amazon ein Angebot entdeckt von No-Name-Hersteller. Da steht drauf Newsmy als Hersteller und die habe ich dann irgendwie auch zwei Wochen später unter dem Hersteller oder zwei Monate später unter dem Hersteller nicht wiedergefunden. Heißt jetzt Nietzsches-Pau oder Nietzsches-Pau oder wie auch immer man das ausspricht. Link in der Videobeschreibung. Ja, findet man bei Amazon für 240 Euro für eine 500 Wattstunden-Geschichte. Also deutlich billiger als die Jackery oder Bluetti-Geräte. Wie lang das Ding hält, kann ich euch nicht sagen. Ich bin damit aber super zufrieden. Das zickt überhaupt nicht rum, funktioniert ganz wunderbar. Entscheidet selber, was ihr da kaufen wollt. Gut. Was hat so ein Ding für Features, lese ich mal ab. Das hat zweimal 12 Volt mit diesen 5,5 Millimeter Hohlsteckern. Dann hat das einmal 12 Volt Zigarettenanschlusskabel. Dann hat das zweimal USB-C, falls man also sein Handy laden will oder irgendwelche andere Geräte. Zweimal USB 3.0, also die normalen mit dem blauen USB-Stecker. Dreimal 220 Volt AC, also Wechselstrom. Wie sinnvoll das jetzt ist, kann ich euch nicht sagen. Ich würde das nicht benutzen, weil diese Umwandlung von Gleichstrom auf Wechselstrom, die ist nicht besonders gut oder nicht besonders effizient. Dann hat das Ganze noch eine Lampe mit zwei Helligkeitsstufen. Außerdem kann man Disco-Licht anmachen und man kann SOS leuchten, was vielleicht in der Nacht auch mal nützlich ist. Spaß braucht man wahrscheinlich nicht. Was Powerbanks in allen Größen angeht oder Powerstations, gibt dann auch von den Astro-Herstellern unzählige Dinger. Zum Beispiel gibt es von Omegon ein Ding, das sieht eigentlich ganz solide aus. Habe ich auch schon mal überlegt, das zu kaufen. Das wird auch eine Nacht reichen, um euer ganzes Equipment mit Strom zu versorgen. Dann gibt es was von Bressa, es gibt was von Celestron, es gibt von Lazarta was. Also findet ihr irgendwie bei den großen Astro-Händlern mit Sicherheit was, was für euch geeignet ist. Ja, mein Pulver ist verschossen. Das ist so alles, was ich weiß über Stromversorgung. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich hoffe, das war für euch ein hilfreiches Video. Fallen mir noch gute Geschichten ein. Ich habe ja einmal eine teure Kamera gegrillt, weil ich irgendwie selber mit Strom gebastelt habe. Und Verpolung, damit habe ich schon wirklich häufig miese Erfahrungen gemacht. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Ihr müsst ja unbedingt immer auf dem neuesten Stand sein, was Ausrüstung angeht, was Bearbeitungstechniken angeht. Also müsst ihr meinen Kanal abonnieren, es geht gar nicht anders hin. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Frank. Ciao.